Und heute machen wir die Challenge Only Boombo und... oh oh Wir müssen uns erstmal verkleiden wieder Schnell So perfekt Ich hab wirklich gerade ohne Spaß zum ersten Mal den Boombo Also den neuen Boombo Äh, wir kommen hier rein Äh Ich glaube, äh Ja, Saune ist schlimm Egal, ich will den zu Saunen Das ist wichtig Wie komm ich da rein? Ach hier Ja, hier Schnell Wie viel Damage macht er eigentlich? Steht nicht da Oha So Okay, Toilette. Ah! Die habe ich doch vorhin genommen. Warum bin ich nicht in die Trinsor gekommen? Ist das im Boot? Ah ja! Perfekt! Äh, wo muss ich lang? Egal, Richtung Slurpee. Ich bin echt gespannt, ey. Wie viel da nimmst du den Bu, der Boom-Bo macht? Ähm... Ich bin echt nicht. Auf dem Weg geht's. Schuss! Was ist das? wie war das kein jetzt jawoll ja egal bitte der hat ein paar Metz ey Nee, oder? Doch! Oh ja, doch, doch. Er hatte, glaube ich, Herr Lama. Oh nee, hatte er auch nicht. Er hat kein Metall. Obwohl, man kann trotzdem Herr Lama haben. Könnte noch eine stabile Round werden. So unnötig. So ein unnötiger Hit. Alter, verhören erst mal. Nee. Also der Boss mit der Zombie-Gang ist nicht mehr da, so wie ich es gerade gesehen habe. Aber da hinten ist einer. Jawohl! Schade, okay, jetzt erst mal muss ich Schüsse laden. Schade, dass man das hier nicht nachladen kann. Also doch mal... So schade. Was ist das? Schade? krass das auf die 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 Ich weiß nicht warum ihr seid, warum es Menschen hier sagen. Oh was? Was ich warum es Menschen hier sagen? Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Ich kann nicht mit jemand anderem spielen. Ich kann nicht mit jemand anderem spielen. Ja, also muss ich auch noch mit den Blicken, warum man draußen stehen. then we're going to go. Gibt's auch an-greifen Gegner? Abfahren-Verteidiger aber- Wie passt. Der B-2-Rage für 2 Spiele ... Wir haben ein paar Klammern gemacht. So, wir haben hier noch ein paar Klammern. Das ist jetzt 6,5 Team an. Weißen was wir kosten? 6,5 Team. Wenn wir die eigene Waxer heute parallelieren, die eigenen Swaps schon fertig haben. Einfach Wax und null in den Partie einladen. Ich hab noch heute einen. Ich hab drei auf Hex zusammen. Ammonie bei XTV und der Entschuldigung. Ammonie bei XTV. 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 Ja ich hab das auch los. Äh aber. Richtige Jump Pads. Hier nochmal. So up. ich weiß nicht, was ich weiß nicht ich weiß nicht, was ich weiß nicht aber jetzt sind wir schon bei Goldbein ich muss noch einer auf der Box wenn ich da so lange muss ich deine Aufgabe so und dann kommt die Arrival Gangs mal machst du Drop ich würde sagen wenn wir es auf dem Weg Oha Alter, wenn ich normal spiele, komme ich gefühlt nie ins Endgame und wenn ich ins Endgame komme, gewinne ich normal aber sonst komme ich nie ins Endgame aber wenn ich only Waffen also eine Waffe mache, dann komme ich ins Endgame voll komisch ich habe schon eine Runde aufgenommen aber die, wo, weiß ich nicht da konnte ich irgendwie nicht reden keine Ahnung ich dachte ich habe geredet aber nicht, habe ich dann später gesehen deswegen kann ich jetzt nicht hochladen da war ich auch im Endgame bin halt dann gestorben das ist der beste das ist der beste Hashtag Neues Team ja wir können auch noch ein Fun Team bauen ja wir können natürlich auch noch ein Fun Team bauen ja wir können natürlich auch noch ein Molde auf Team sein ja oder wie spiel ist das denn jetzt gerade? 19,30 oder so? meinungszu Ahrtal hat seine Momente aber es gibt bessere Spiele sag ich euch nicht so zu sein Pace das ist mir nicht das ist mir nicht offiziell nicht aber habe ich es richtig gesehen wenn ihr euchs Tempo wenn ihr euchs Tempo hat weiß ja auch nicht wenn ihr euchs Tempo hat und wenn ihr dann dann kann ich das Tempo oder so auf dem Karten Ehre genommen sorry aber Leute jetzt könnt ihr sagen was ihr wollt meinen Freunden äh ich bin nur plus Ultra mit Bogen da ist auch noch einer oh da ist auch noch einer oh wo man denkt wo ist sein Tempo hin der Resonation auf den Antritt hat wo man erstmal 80 Sekunden auch sein Tempo zu brauchen obwohl dann auch seine Karte auch relativ und Antritt hat schade schade Jetzt nimmt man den Ball rein also macht ihr den Kurser hinterst Tor vor Stor hinterst Tor vor Stenbro macht ihr den immer wenn wir den Ball rein drehen wollen und wie doll den Parallel weil ich meinst wir können das richtig gut ich brauche Schüsse da ist der noch oh blö Ja. Oh. Oh. Immer anders. Zwischenfass nach 30 Schritten. Oh. Definitiv. Ehm. Boah. Was passt. Autopold für sein Großpartner. Oh. Das Video mit Deckweste. Ja. Da hab ich auch schon ein paar reingemassen. Also da kam die auch gut. Aber so schnell. Hab ich doch erst einmal. Einmal einen Eckball reingedreht. Die kommen sonst immer scheiße. Aber bitte wegens. Oh. Ich hab ja auch so richtige Eckballschütze. Weil da hat sie auch zuerst einen ausgewählt. Bei dem Video. Jetzt hab ich halt was hier mit. Und auch. Oh. Das geht nicht so. Ui. Teste ich. Wie ist das? Ne. Ne. Das wusste ich nicht. Dass die Maria das gesagt hat. Aber weißt du das. Wo hast du mich hin vorher? Ja. Wo hast du mich hin vorher? Ja. 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 Oh mein Gott. ja er geht mir n Handy ey nein die Runde war so gut Digga und wetten ja war so lost wetten ja ist so lost und trifft nen Luckshot egal Leute 8 Kids only Bumbo haut rein tschau